Das war's, liebe Freunde. Die nächste Legende ist gefallen und wurde restlos exposed. Es geht natürlich hierbei um Gronkh, einer der kontroversesten Streamer Deutschlands. Schon damals fiel er mit extrem transfeindlichen Aussagen auf, wie beispielsweise diesen hier. Es ist mir einfach egal. Darf es mir egal sein? Bin ich dann ein schlechter Mensch, wenn mir J.K. Rowling egal ist? Oh, Didi, oh, Didi, oh, Didi, oh, Didi, was? Muss sie eine Rolle in meinem Leben spielen? Ihr denkt, das war's jetzt schon mit der extremen Transfeindlichkeit von Gronkh? Na, wartet ab, ich hab nämlich noch dieses Ass hier im Ärmel, womit ihr wahrscheinlich nicht gerechnet habt. Oder macht es mehr Sinn, wenn wir das zum Beispiel spielen? Und wenn wir das spielen, sammeln wir eigentlich die ganzen Donations, zum Beispiel für bestimmte Organisationen. Meiner Meinung nach viel zielführender. Also ihr seht, Gronkh ist fast schon permanent am Hetzen. Und deshalb hat es sich für Joka zur Aufgabe gemacht, ihn ordentlich aufzuklären, dass ja Harry Potter super transfeindlich ist, vor allem in Bezug zu J.K. Rowling. Man sollte hierbei auch keine eigene Meinung vertreten, denn es ist ja offensichtlich, dass hierbei ein gesellschaftlicher Genozid begonnen hat. Demnach ist Gronkh nicht nur ein Stück weit transfeindlich, sondern er pusht sogar wahrscheinlich gesellschaftliche Genozide oder sowas. Am transfeindlichsten fand ich aber immer noch von Gronkh, dass er an den Bundesverband Trans für gesellschaftliche Selbstbestimmung und Vielfalt gespendet hatte. Das Ganze ist sogar geschehen vor den Vorwürfen von Shoyoka, dass Gronkh vielleicht eine gewisse Transfeindlichkeit unterstützt. Also ich denke, dass das schon im Vorfeld reine Provokation von Gronkh war, um Shoyoka extra nochmal eins auszuwischen. Ja, er befeuert das Ganze ja sogar. So, und jetzt kommen wir auch gleich zur aktuellen Sache, und zwar, dass Gronkh plötzlich misogyn ist. Und ihr fragt euch jetzt mit Sicherheit, holy shit, was hat Gronkh bitte mit Frauenfeindlichkeit zu tun? Nun ja, das Ganze wird gleich wild. Was aber noch wilder ist, das sind die neuen Eisteesorten von Holy, und zwar einmal der Wassermelonengeschmack. Das sieht sogar in der Aufnahme hier richtig sexy aus. Und wenn wir natürlich schon bei Melonen sind, dann gibt es natürlich auch noch einen Honigmelongeschmack. Ui, Memo, guck mal, das sieht stark aus. Boah, wo man da oben ist eine Suche? Die beiden Sorten gehen wirklich runter wie Öl, vor allem mit dicken Eiswürfeln. Wie immer ist da Zero-Zucker drin, die Dinger sind vegan, schmecken affengeil und schützen einen vor misogynem Verhalten. Deshalb gönnt euch jetzt auch unbedingt die neuen Geschmäcker, der Link ist natürlich unten in der Beschreibung. Und für alle Leute, die Holy so noch nicht kennen oder dort noch nichts bestellt haben, holt euch unbedingt diese Starter-Sets hier. Denn dort bekommt ihr neben einem nicen Shaker noch viele verschiedene Sorten dazu, um euch einfach mal komplett durchzuprobieren, damit ihr dann wisst, was ihr danach vielleicht als große Portion bestellen könnt. Das lohnt sich extrem, vor allem, weil ihr mit der ersten Bestellung ganze 5 Euro mit dem Code ALPHAKEVIN5 sparen könnt. Und natürlich spart ihr auch mit dem Code ALPHAKEVIN 10%. Wer ansonsten aber auch auf Hydrationdrinks und auch auf Energies steht, der ist bei Holy komplett richtig. Die haben richtig viele sehr, sehr leckere Geschmäcker im Sortiment. Der Link ist natürlich unten in der Beschreibung. Checkt das unbedingt ab. Und lasst uns jetzt einfach mal schauen, was Gronkh schon wieder so Schlimmes angestellt hat. Shoyoka verkündete in einem ihrer letzten Livestream, dass sie ja doch vielleicht ein etwas tieferes Problem mit Gronkh hat. Zumindest wirkte es so, als sie Gronkh plötzlich Frauenfeindlichkeiten vorwarf. So das Kommentar, in dem Gronkh suggeriert hat, dass in der Skoro-Shoyoka-Thematik sicher Shoyoka die, die ist, die lügt. Das ist halt Peak-Mysogenie. Das ist Peak-Mysogenie, einfach mal grundsätzlich davon auszugehen, dass die Frau sicher die sein wird, die lügt, in einer Situation, von der man keine Ahnung hat und bei der man nicht anwesend war. Im Zweifelfall die Glaubwürdigkeit der Frau angreifen. Das ist das Gleiche, was bei Rammstein passiert ist. Das ist das Gleiche, was Carina Pusch passiert ist. Das ist das Gleiche, was bei Luke Mogridge passiert ist. Es wird immer erst mal darüber geredet, dass definitiv die Frau die ist, die gelogen hat. Ja, genau. Bei Luke Mogridge hat man definitiv den Mann komplett in Schutz genommen. Also ich will jetzt nicht sagen, aber nach den Vorwürfen war Luke Mogridge erst mal komplett weg vom Fenster. Und das, weil man hier mehr der Frau geglaubt hat. Natürlich gibt es auch viele Leute, die sich hinter Luke gestellt haben, will ich jetzt gar nicht abstreiten. Aber es ist jetzt nicht so, als hätte er keine Konsequenzen davon erhalten. Aber gut, das Ganze ist natürlich auch ein anderes Thema. Wir gehen mal wieder zurück zu der Gronkh-Thematik. Blicken wir erst einmal darauf zurück, was Gronkh damals über Shurioka gesagt hat. Denn dadurch können wir das Ganze ja auch wieder ein bisschen genauer einordnen. Aber ich habe jetzt diese ganze Shurioka-Freiraum-Ree-Geschichte zum Beispiel, habe ich einfach mal, die habe ich einfach mal liegen lassen. Ja, ich hätte sicherlich auch was dazu beitragen können, weil es wurden ja anfangs auch einige Worte über mich verloren. Einige gelogene Worte möchte ich dazu erwähnen. Und ich vermute mal bewusst gelogene Worte. Ich gehe davon aus. Dat war es mir nicht wert. Sage ich euch ganz ehrlich. Ich möchte, von welcher Seite gelogen? Ja, da gab es nur eine. Welche Partei? Es war die, es war, in dem Fall war es Shurioka. Und ich bin ganz ehrlich, es gibt inzwischen Menschen, denen möchte ich einfach keine Bühne mehr bieten. Deswegen habe ich das ganze Thema einfach ausgelassen. Aber ich habe mich natürlich gerne damit beschäftigt. Und ich habe mir beide Seiten angehört. Und ich musste mir aber nur bei einer Seite ständig die Haare raufen. Immer nur bei einer Seite, bei einer Bubble musste ich mir die Haare raufen. Nicht bei der anderen. Und ich war eigentlich relativ objektiv. Also Konk hat sich immer nur bei Shuriokas Seite die Haare gerauft. Und Shurioka geht jetzt davon aus, dass er ja auch impliziert, dass er damit die Skirros-Thematik meinte. Denn sie sagte ja das hier. So das Kommentar, in dem Kronk suggeriert hat, dass in der Skirros-Shurioka-Thematik sicher Shurioka die, die ist, die lügt. Das ist halt Peak-Misogynie. Und die Frage ist natürlich jetzt, wo hat Kronk das eigentlich überhaupt behauptet? Implizieren kann man natürlich viel. Aber ich denke, bei Kronks Aussagen ging es besonders um ihn selbst und Shurioka. Denn er begründete ja sogar noch nach seiner Aussage, die er tätigte, weshalb er findet, dass sie gelogen hat und er demnach bei Shurioka ständig nur noch den Kopf schütteln kann. Hab dich noch nie in einem YouTube-Beefer-Wickel gesehen? Na ja, ja, da gab es ganz kurz was wegen der Harry-Potter-Geschichte und so. Und das war auch was, was gesagt wurde. Ich habe jetzt erfahren, ich hatte gar keinen Shitstorm. Ich hatte keinen Shitstorm, weil ich den Abend Summe X verdient habe an Subs. Und nicht mal ich habe mir die Summe ausgerechnet, wie viel ich verdient habe. Ja, aber gewisse Person wusste natürlich sofort Bescheid, hatte das ausgerechnet. Und deswegen hatte ich vorher aber keinen Shitstorm, weil wenn ich hinterher damit Geld mache oder kriege, im Stream, wenn Leute subben, dann ist es ja kein Shitstorm mehr. Dann hat die Bild-Zeitung gar nicht geschrieben. Dann gab es keinen Shitstorm auf Twitter. Dann hat sie keine Scheiße geredet. Ne, das ist einfach... Wenn Geld, dann ist alles gut. Also wenn ihr auf dem Schulhof, wenn ihr auf dem Schulhof Kinder zusammentreten wollt, ist das okay, aber gebt ihm hinterher 10 Euro. Das ist kein Problem. Der grässliche Shitstorm, den Gronkh hatte, ich fasse es zusammen. 36.000 Dollar und eine Peak von über 35.000 Zuschauern, was das Maximum High seiner Karriere auf Twitch war. Also da waren sehr wilde Takes dabei. Sehr, sehr wilde Takes. Holy Shit. Also Gronkh begründet sogar, weshalb er findet, dass Suyoka hier die ganze Zeit Scheiße erzählt. Und jeder kann das auch relativ easy nachvollziehen. Und Suyoka impliziert jetzt daraus, dass Gronkh ja frauenfeindlich ist, weil man sich ja immer zuerst auf die Seite des Mannes stellt. Hier in dem Falle impliziert sie, dass Gronkh sich mit der Aussage auf die Seite von Skurros gestellt hat. Die Reaktion von Gronkh war daraufhin ziemlich stark, denn als Stream-Ankündigung schrieb er das hier. Vorsicht, Peak misogyner Livestream. Und er antwortete tatsächlich auch auf die Vorwürfe von Suyoka. Allerdings sagt er sowas wie, dass er das zwar alles mitbekommt, und ihm das aber mittlerweile wirklich komplett egal sei. Kriegt die natürlich alle mit, weil ich bin da irgendwie indirekt mit drin verflochten. Ja, aber ich bin ganz ehrlich, ich bin so tiefenentspannt. Es ist mir einfach, es ist mir völlig egal. Es ist mir einfach kack egal. So, ich lese das. Mann, stresst euch doch alle nicht so. Ja, stresst euch doch alle nicht so. Das ist doch ganz ehrlich, ich nehme das doch nicht ernst, diesen Fakt. Das ist doch, das ist nicht mal wert. Das ist so, please. Ja, was passiert denn? Es ist egal. Darf es dir egal sein? Ja, es darf mir sogar egal sein. Oh, sowas von, wie es mir das darf. Ja, ja. Ist auch, und Leute jetzt fragen, was da los ist, bitte spart euch die Lebenszeit. Aber es lohnt sich wirklich nicht. So, selber schuld, wer auf der Müllplattform ist. Ja, ich bin ja ab und zu nochmal dran, äh, da. Aber ich versuche jetzt ja mehr Zuschauern auch zu antworten, mehr sowas zu machen, ne? Ich würde gerne mal versuchen, einfach so nicht mehr auf so eine Scheiße einzugehen. Also Kronk ignoriert das mehr oder minder und mimt eher die ganze Thematik. Das ist tatsächlich auch gar keine so schlechte Herangehensweise. Ich frage mich nur, warum Shoyoka dieses Thema jetzt plötzlich wieder aufmacht. Sie hat doch schon vor einem Jahr in Bezug zu Kronk komplett reingekackt, wenn ihr mich fragt. Und wenn sie jetzt wieder damit anfängt, dann wird sie sich definitiv auch wieder keinen Gefallen tun. Aber gut, soll mir persönlich natürlich auch egal sein, was sie macht und wie sie darüber denkt. Ich persönlich verstehe aber mit diesen ganzen Aussagen in den Streams tatsächlich ihre Intention gar nicht. Ich meine, will sie wieder extremen Hate abbekommen, indem sie wieder random einen der beliebtesten Streamer angreift? Oder was ist ihr Ziel? Denn das hier ist wirklich wieder komplett unnötig gewesen und aus der Luft gegriffen. Mittlerweile wirkt das nämlich nur noch, als würde sie Stress mit anderen Menschen suchen, um weiter im Gespräch zu bleiben. Und das finde ich persönlich ziemlich Banane. Ja, das ist eine Bananenaussage. Also wir halten fest, vor über einem Jahr wollte Kronk das Spiel Harry Potter streamen. Er hatte sogar als Kompromiss vor, seine gesamten Einnahmen in den Streams an Transorganisationen zu spenden. Damit hätte er sehr, sehr vielen Transmenschen ordentlich helfen können. Das Ganze wurde aber unterbunden, da er sich halt nicht entscheidend genug davon distanzierte. Dadurch blieben dann halt auch die Spenden und auch die Harry Potter Streams aus und Kronk bekam sogar noch eine negative Schlagzeile bei der Bild. Was jetzt übrigens gar nicht mal so gut ankommt, wenn man Influencer ist. Denn das macht sich jetzt nicht so gut, wenn man den Namen Kronk eingibt und dann kommt plötzlich von der Bild ein Artikel, der nicht positiv für dich abgestimmt ist. Das scheint sich aber auch Shoyoka gar nicht so bewusst gewesen zu sein. Denn daraufhin meinte sie ja, dass Kronk ja genügend Geld in dem Stream gesammelt hat und deswegen sollte er sich nicht so anstellen. Ich meine, scheiß mal auf den ganzen Hate. Er hat ja Geld bekommen. Der gräßliche Shitstorm, den Kronk hatte. 36.000 Dollar und eine Peak von über 35.000 Zuschauern, was das Maximum High seiner Karriere auf Twitch war. Also über den Hate und die Schlagzeilen, die Kronk bekam, ist sie jetzt nicht weiter eingegangen. Schließlich ist er ja aber auch ein weißer Hetero-Cis-Mann, der absolute Privilegien genießt. Danach ging es dann auch wieder hin und her, bis irgendwann doch ein Stück weit Ruhe einkehrte. Und jetzt aus dem Nichts versucht Shoyoka Kronk plötzlich als frauenfeindlich darzustellen, weil er das ja mit seinen früheren Äußerungen impliziert hat. Es ist wirklich komplett lächerlich. Egal wie sehr man versucht, Shoyoka objektiv und auch fair zu behandeln, sind ihre Tätigkeiten und Äußerungen mittlerweile echt absolut nicht nachvollziehbar. Also wenn du schon Stress mit einem Kronk anfängst oder überhaupt Stress mit einem Kronk hast, dann weiß man oftmals sowieso, dass das nur Quatsch sein kann. Aber in diesem Stile ist es tatsächlich für mich umso dümmer gewesen. Um dieses ganze Theater aber aushalten zu können, empfehle ich euch mal lieber einen Holy zu schlürfen. Da gibt es immerhin positive Vibes und positive Vibes würde es auch geben, wenn ihr jetzt ein Like da lassen würdet. Und wenn euch dieses Video beziehungsweise Update hier gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön? Ich denke an das Wängchen, euer Alpha Kevin und tschau.